Starker Rentenanstieg für unsere Westrentner im Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wenn die Prognosen und die Zahlen, die die Deutsche Rentenversicherung im Rentenversicherungsbericht 2021 annähernd stimmen würden, wir hoffen das sehr und in der Vergangenheit war das ja auch schon immer so, dass die Zahlen relativ genau waren, dann dürfen sich unsere Rentnerinnen und Rentner im Westen über 5,2% Rentenerhöhung ab dem 1.7.2022 freuen. Ich sage das deshalb, weil es seit fast 40 Jahren der größte Rentenanstieg ist, den es im Westen gegeben hat. Im Jahr 1983 gab es ein Plus von 5,59% und wenn wir die 5,2% nehmen, die vielleicht zum 1.7.2022 kommen, ist das auch ein richtig starker Anstieg. Aber bitte nicht vergessen, wir müssen bitte die Rentenwertbestimmungsverordnung, die wahrscheinlich im März 2022 erlassen wird, noch abwarten und dann haben wir die Zahlen schwarz auf weiß. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.